Herzlich willkommen zunächst von Windows Destiny 2 Light for Let's Plays. In diesem Part werden wir die Altare der Beschwörung machen und damit ab rein geht's in das Ding. Aber dann geht's auf jeden Fall mal ab durch die Altare. Jetzt einfach zu zweit, weil warum nicht? Diesmal einfach mit Solar anfangen, müssen wir ein bisschen zu variieren. Ich bin die ganze Zeit nur auf Leere zu spielen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Sag ich, der hat gefühlt immer wieder das gleiche gemacht, aber okay. Ah, da haben wir den nächsten. B19, Alex90. Naja. Mit dem Namen ungefähr so schlau wie ich teilweise. Na, lieber so noch ein bisschen und dann dürfte es eigentlich gar nicht mehr reinkommen. So, und das, so, da haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was vor uns. Na komm, wir haben mal Stufe dreimal. Ja, dann ab rein da. Okay. Ach, komm, was ist denn das für einer? Richtiger Schmutz. Ach, nicht der schon wieder. Ja, der ist doch richtig, hier hat er mich gerade One-Shot so niedrig gemacht. Ja, das ist doch auch nicht richtig. Wo ist der jetzt hin, der Hammer? Wirklich so, da mit dem Hammer hier macht eigentlich nur Sinn, wenn man auch Lorelai spielt. Gefühlt, also man ist gerade so eine Aktivität, wo man überleicht auseinandergenommen wird. Und natürlich ist es jetzt gerade weg auf jeden Fall, aber jetzt schon wieder gar keine Chance mehr an den... Dann sehen wir da das oder warum auch immer noch so eine zweite Helfbar. Also, so eine... Ja, egal. Merkt man ja. Ich will mal jetzt so einen kleinen Bruchteil von dem noch bekommen, dass es halt die Frage ist, was genau lohnt sich da dran von... Nach einer Zeit, eine Minute oder sowas, wir sind jetzt hier für, was weiß ich, 4-5 dran. Das macht wohl wieder alles zu profil Sinn. Na, egal, machen wir mal trotzdem noch ein bisschen Sperrfeuer auf denen. So, nochmal hier noch am Leben sein, wir sind. Ja, oder wir können halt nicht mal die besessenen Kugeln zerstören, die gerade auf uns zu fliegen. Zum Westfall mit der Halbtoten, das ist das höchste, was wir noch hinbekommen. Aber davon ab wird das auf jeden Fall nichts. Oh, oder doch nicht. Der ist auf jeden Fall noch ein bisschen harter am Arsch als erwartet. Aber trotzdem nicht mehr genug, damit wir das innerhalb der nächsten 20 Sekunden noch machen können. Naja, komm. Ich habe das überhaupt nicht. Ja, ich habe jetzt kein RW mehr. Das heißt, ich kann eben auch keinen wirklichen Kärn mehr reindrücken. Und ich bin sowieso jetzt gleich dort. Von daher, na. Ich bin kurz, knapp wird es auf jeden Fall noch mal halbwegs in die richtige Richtung gehen. Aber jetzt ist eh gelaufen, weil man sich keiner mehr rechtzeitig wiederbeleben kann, um den Ansatzweise noch irgendeinen Schaden zu drücken. Also, ja. Schade. Zielvergabe gescheitert und trotzdem Meister Magier bekommen. Eigentlich schon, allein schon ironisch gesehen wird das auf jeden Fall der Partner. Also, wenn man hier Meister Magier und dann halt zuvor im anderen Part Lichter an loher Einstimmungen. Experimental ihrer eigenen Brut durchführen. Unterbinde das Hütter. Man muss. Ah, jetzt haben wir die nächste Kandidatin. Wie das so viel besser. Vielleicht eine direkt den Ding nehmen sollen. Ja. Das war definitiv die falsche Entscheidung hier. Äh, einfach kommen jetzt von dem Kreicher zernudelt. Da sieht man mal, wie gut das so funktioniert. Wirklich fantastisch. Aber, wenn er noch selbst macht, bevor er den Kreicher noch wegmachen müssen. So habe ich jetzt zumindest ein Hindernis erledigt, auch wenn es mich dann trotzdem das Leben gekostet hat. So, dann sind wir zumindest dem Ganzen mal einen Schritt näher gekommen. So, wie viel... Äh, komm. Ach, hier sind auch noch Kreicher zu nebendran. Na, das ist doch herrlich. Ich bin jetzt mal ernst. Was zur Hölle soll das? Dass man hier 5000 Kreicher für die Nase gesetzt bekommt und noch eine Sperrfeuerhexe pro Kristall. Na gut, das war vielleicht nicht so die beste Idee, den auch gerade da wieder zu beleben. Na, dann holen wir uns erstmal den Kreicher hier drüben. Und die strahlende Leiterin hier. Aber zumindest mal eine bessere Chance, hier durchzukommen. Ach so, der ist schon aktiv. Wups. Das heißt... Ja gut, der Kollege kümmert sich um das Ding. Das heißt, ich kann versuchen, die anderen zu aktivieren, bevor mehr die kristalline Ladung ausgeht. Aber wirklich, last second. Hätten wir die anderen... Hätten wir auch den Schild davon. Und da war auch die letzte... Und die Hexerops. Wenn wir schon gerade dabei sind, können wir auch noch die anderen Strahlenleiterjagd in den Dingen. Und jetzt geht's an den guten Boss hier. Aber wenn's hier vielleicht ein bisschen besser wäre, so da Wurke zu haben. Na, komm... Was? Keine Ahnung, wie ich jetzt hier nochmal wegkommen bin. Aber das Gefühl hab ich schon öfters gehabt. Wo ich irgendwo wegkommen bin, wo ich eigentlich gedacht hab, dass ich sterben würde. Ach komm, die Schadensphase wird noch schlecht sein, wenn das so weitergeht. Und wo zur Hölle kommst du jetzt schon wieder her? Naja, egal. Ich freu mich einfach mal, wo du komplett weiterkommst. Bringt ja wirklich sehr viel. Sehr viel. Und noch so ein anderes Thema mit Phantom Liberty. Da hab ich mich entschieden, das doch nicht zu machen. Da komm ich halt viel zu schlecht durch. Deswegen, ja. Und halt eben, weil das sowieso performstechnisch eher so mäßig aussieht. Beschränke ich mich doch lieber auf Motorfest. Und dann halt eben, ähm... Die anderen zwei, Fate und Assassin's Creed. Neben Destiny. So, als ob das nicht so schon fast die komplette Woche wär. Ja, okay. Auch nicht weiter wichtig. Letztendlich ist nur ein kleiner Programmpunkt, den ich halt nochmal aufgreifen wollte. Ach komm, verdammt nochmal weg damit. Und ich hab's nicht mal den letzten... Schuss an den Greichhaut abzugeben. Ich bin mir da herrlich. Naja, die kleinen Pest wollen nachher mal erlegt. Ich versche... Ich schaue's auch wirklich, meisterhaft zu sterben. Meisterhaft der Tod, ne? Und da haben wir Level 76. Da fahre ich irgendwo so, ich vom normalen Leveling mäßigen ab. Dann ist das richtig so. Naja. So oder so kann man es jetzt auch zum nächsten Alter haben. Dann halt eben... Den, ähm... Ja, ich setze einen Teil vor, den Boss finalen Teil abzumachen. Ja, wenn das so ist... Ach. Der will nicht ernsthaft hier noch in meine Stufe 3 reindanken, oder was? Das wäre maximal hässlich... nervig. Maximal hässlich, genau. Wer kennt's nicht? Und da gehen wir den... Gehen wir den ersten Mal noch einen schönen Feuerball. Bringt trotzdem nichts, weil ich hier einfach nebenbei komplett zerstört werde. Ach, komm, nicht jetzt. Das kommt auch immer zu den unpassendsten Zeitpunkten. Na, dann... Das ist das Ding, wo ich mich danach drum kümmere. Ja, hä? Achso, der hat den... Ups. Ähm... Na, verdammt. Das läuft herrlich. 200 Tode. Quillt gar nichts gerissen. So, als ob ich nicht eben beim Quäler schon gut Schaden reingedrückt hab. Aber gut, das sind halt so kleinliche Dinge. Ich kümmer mich jetzt erst mal um den Kristall hier. Keine Ahnung, ob das gerade richtig auskam, aber das ist auch nicht weiter richtig. So, oder so haben wir jetzt erstmal den zweiten Kristall hier eingedankt. Und dann kann man zum Besten gleich den nächsten Kristall holen, damit wir dann halt eben natürlich den Rest eindanken können. Stellen Sie sich hier nach vor. Wenn man Kristalle eindankt, sagt man Kristalle ein. Komme ich an den ran? Ja, aber der wird wahrscheinlich selber wieder aufstehen können, bevor ich den wieder geholt hab. Oder doch nicht. Das kommt unerwartet. Na, dann machen wir jetzt erst mal das Flank hier ein bisschen nieder. Wieso komm ich da nicht ran von da oben? Na dann. Hallo? Okay. Und dann hätten wir auch gleich Nummer 3. Ich stelle es mal der Kollege hier hinten, wird sich dann noch den vierten holen. Bevor ich hier, ähm, den nächsten eindanken kann. Warte doch. Ja, perfekt. Ja, bloß nicht den Hammer werfen, den man auch dafür hat, damit man sich hier rein kann teilweise. Das wäre, oh, schlau. Stellt sich in der vorne. Man macht die Dinge, die richtig sind, um sie zu machen, damit sie auch richtig sind. Oh Gott. Quadro. Und da war es nur noch einer. Wo ist der letzte Kristallträger? Da hinten, okay. Ah, komm. Ja, zumindest den, die zerfleischte Monsteriosität haben wir jetzt gleich. Und der Hammer wird gleich explodieren, wenn ich ihn nicht schnell genug hole. Ja. Ach, komm. Ja, gut, jetzt werde ich hier wieder komplett auseinandergenommen. Aber das sollte man auch erwarten können. Ich meine, man sieht ja, wie gut das hier gerade funktioniert. Gefühlt 200 Tode. Und eine Meisterleistung vom Feinsten. Der Meister ist wirklich in Topform. Ja, dann machen wir es halt so. Da wird die Sache schnell geregelt. Und dann haben wir den fünften. Machen wir es mal ein paar so. Dann werden wir halt zumindest einen Tick schneller. Denke ich mal. So, da sollen wir jetzt auf jeden Fall eine 5. Bezwungene Nagune. Was? Nagune oder Nakune? Nach, keine Ahnung. Meisterhafter Tribut. Ähm, ja. Dann kommen wir auch wieder her. Wir suchen einen Eris. Komm, gönn dir deinen Tribut. Nimm das auf. Na, egal. Warum sieht das immer mehr aus wie Resonanz von der Dunkelheit her, als wirklich Tribut der Schar? Ah, das war sogar schon die letzte Stufe. Ups. Bestimmt wird sie das. Bestimmt, Sibu. Nicht mehr kontrollieren, Lichtträgerin. Ich habe Eris nie kontrolliert. Niemand hat das. Sie nutzt ihre Macht aus eigenem Antrieb. Eine Tatsache, die du schon bald erkennen wirst. Ja, und mit der wiederholten Aussage war es das erstmal mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.